Jeder weiß, ob Gäste in den Buras, rutscht man aus die Dutze schon in den Buras. Also die Dutze gefunden sind in Bosnia, Caningen und diese beiden Sachen, die wir in Bosnia haben, haben wir das, Neckton. Das hat der Buras gesehen, die Neckton aus beiden Sachen. Ich bin sicher, dass wir uns noch gesehen haben, dass wir uns noch begleitet haben. Es hat gemeint, dass wir Gäste am meisten, dass die Dutze nicht besser sind, dass die Sockte, Sockte beim Sleiden, wie ich in Gäste brauche, und wir bringen am Bellen. Und das hat der Buras gesehen, dass wir weiter aus dem Buras gesehen haben. Ich sage, es ist ein Bellen-Sleider, der sich in unserem Land gibt. Aber es hat der Buras gesehen, dass es uns schwer ist. Es ist ein Bellen-Sleider. Also es ist ein Bellen-Sleider. Es ist ein Bellen-Sleider. Es ist ein Bellen-Sleider. Es ist ein Bellen-Sleider. Schissball, aber es ist ein Bellen-Sleider. Sie ist ein Bellen-Sleider. Den Rand, den Ausguckern, die Kompokki, die Kuhküche. Dann braucht der Sie die Börse-auer. Er war ein Bellen-Sleider, die erstaunen. Wenn Sie gewählten Forsen investieren. Wie sie in der Stalle der Buras gesehen haben, hat der Bescheid gewahnt. Er war ein Bellen-Sleider. und äh, und weißt du über Nacht in der Saat zu Nacht. Als Rutschung war ihm so gut am Mittagessen, in der Welt sucht nicht die Schömeleiter, und das ist nicht so gut sein, dass er das mal hoch ist, aber ich weißt du über Nacht. Als Rutschung war mir immer so, weil er so ist in der Schöndur, aber so ist die Schöneleiter, und die Schöneleiter, und die Schöneleiter, als Rutschung war ich genug, und der Schöneleiter, und die Schöneleiter, um auch in der Schöneleiter. Das ist gut.